Willkommen zurück zu The Evil Within. Wir sind wieder da. Im Trauten, äh, in der Trautenanstalt. Und was hat er jetzt gewusst? Dass hier doch irgendwas nicht in Ordnung ist, oder was? Dass er nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, oder dass sie nicht mehr da ist? Doch, sie ist da. Ach ja. Geht so. Oh, was steht jetzt hier heute im Journal? Patienten sprechen von Missbrauch. Patienten der Nervenklinik sprechen von Missbrauch. Missbrauch nur Spitze des Eisbergs. Patienten der Beacon-Nervenklinik behaupten, dass sie von Fremden für Verhaltensexperimente missbraucht werden. Und das werden sie wahrscheinlich auch. Oder wurden sie. Vielleicht sind wir ja sogar selber einer dieser Patienten. Das wäre, würde mich nicht wundern. Wir haben ja gar keinen Schlüssel, ne? Ohne Schlüssel können wir gar nichts holen, oder? Oder kriegen wir trotzdem eine Belohnung? Ich habe jetzt irgendwie... Ne, ne, ich komme da gar nicht ran. Ich bin da irgendwie sehr schlecht drin, diese Skulpturen zu finden. Oder was? Mit denen, die wir dann zerstören und da drin ist ein Schlüssel. Die finde ich irgendwie nie. Ja. Das ist dann wohl so. Ach, jetzt laufe ich wieder zurück. Ich wollte doch ganz anders zurück. Muss ich hier lang, ne? Warte mal, kannst du da... Ne, bleib mal... Hier kannst du die Tür mittlerweile aufmachen, oder nicht? Ne, ne? Doch, die geht. Ähm. Okay. Weil ich dachte, es ist vielleicht der schnellere Weg zu unserem Superstuhl. Ja, willkommen zurück auf dem Superstuhl. Er verleiht uns Superkräfte. Total gute. Ich kann sprinten. Ich würde gern auch besser sprinten. Also, doch, das mache ich mal. Ich finde das wichtig, dass man besser sprinten kann. Ähm, Nahkampfschaden wäre vielleicht auch nicht schlecht. Spritzenwirkung wäre auch sehr wichtig. Aber irgendwie... Hm. Waffen. Nachladegeschwindig, Magazingenauigkeit. Äh. Äh, 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 äh. Kritisch. Ja, damit erhöht sich natürlich... Ach, das ist alles so wichtig. Ich weiß es doch auch nicht. Spritzen. Ich will mich natürlich auch besser heilen können. Was ich ja immer gut finde, ist... Äh, die Menge der Qualenbots, die zu sich mitgeführt werden können. Ist das nicht das, was wir gerade zum Beispiel nicht genug mitnehmen konnten? Dann mache ich das jetzt auch mal besser. Ich denke, das kann nicht schaden. Und... Ach, schade. Hier kann ich gar nichts besser machen. Das mal auf Stufe 2 machen, wäre vielleicht auch wichtig. Ja, das ist dann so. Granate kann ich verbessern. Streichhölzer muss ich jetzt nicht unbedingt gerade verbessern. Dann könnte ich die Nachladegeschwindigkeit noch besser machen. Kann ich die Fitness noch irgendwie besser machen? Nee, dafür reicht es wieder dann doch nicht. Schade. Ähm. Weil Nachladen, das mache ich gar nicht immer unbedingt dann in dem Moment. Hm. Dann mache ich ja lieber Granate besser. Weiß nicht. Finde ich irgendwie gerade alles doof. Und nicht so wichtig. Hm. Dann mache ich lieber nochmal die Granaten besser. So, jetzt habe ich auch nichts mehr. Kann auf jeden Fall besser sprinten. Und das finde ich schon mega wichtig. Also wenn ich an das komische Monstervieh denke, dann doch, ja. Dann möchte ich besser werden. Und was ich natürlich auch will, ist speichern. Speichern ist immer gut. Hallo, Frau Doktor, äh, Dings. So, habe ich jetzt gespeichert? Ja, ne? Ach komm, ich überspeichere. Ich check das manchmal nicht, ob er jetzt gespeichert hat oder nicht. Speichert. Profil. Ich denke, er hat es jetzt gespeichert. Ja, passt schon. Hä? Kriegen wir hin. Dann gehen wir mal wieder zum Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Ängstlichste im ganzen Land? So. Dann wollen wir mal. Wieder. Bin wieder da. Aber ich möchte irgendwie gar nicht das haben. Ich möchte was anderes haben. Ich checke mal nicht den, den grünen Blender und den. Ich nehme jetzt mal den. in der Hoffnung, dass es mir irgendwie hilft. Oh oh, was ist da drinnen? Da ist jemand gefangen. Das ist richtig mies. Das ist richtig mies. Nein. Oh no. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Kann ich noch mehr von hier oben? Shit. Nee. Das war doch gut. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Oh shit. Okay. Da war ich zu viel im Nahkampf. Sorry. Aber. Aber wenn ich ehrlich bin. Ich bin natürlich super panisch und hektisch dann immer. Aber es übt auch so ein bisschen. Weil man so ein bisschen den Dreh rausbekommt. Jetzt muss ich alles nochmal machen. Das ist ja wieder blöde. Es übt natürlich so ein bisschen auch was, was die ganzen Kniffe angeht, die man so machen kann. Und ich glaube, das war gar nicht so schlecht von oben zu kämpfen. Die erstmal da abzufeuern, hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Deswegen machen wir das jetzt mal hier nochmal. Wir überspringen das Ganze auch wieder. Müssen wir uns ja nicht nochmal angucken. Ja. So. Geht los. Joseph. Bei dir alles gut? Ja. Mir geht's gut. Du solltest lieber runterkommen. Warte. Ich komme. Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Ah, okay. Okay. Sie kommen. Du schaffst es nicht allein, aber ich kann dir viel besser hier oben helfen, glaube ich. Mein Freund. Mein Freund. Wie viele von den Dinger sind das? Munition, alle? Ah. Nein. Shit, die kommen ja hier oben. Mist, Mist, Mist. Geh da bloß runter. Und ich brauche mal echt Hilfe eben. Ich brauche Hilfe. Und zwar muss ich das hier nehmen. Benutzt bitte eine Spritze. Schnell, 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 schnell. Und dann lauf. Ah. Das geht nicht. Komm. Dann geh runter. Schnapp die hier die Muni oder was auch immer hier liegt. Weg da. Oh, das wollte ich gar nicht. Wo ist denn noch einer? Oh Gott. Zünd die doch mal an. Nein. Geh da weg. Shit, 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 shit. Warte, 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 warte. Bevor ich sterbe, nehme ich lieber nochmal so ein Ding. Oder ist das gerade schlecht? Oh Gott, ich... Panik. Stell sie her, die Dinger. Geht das gerade nicht, wenn ich hier im Gefecht bin? Ich will doch nicht auf dich zurennen. Echt? Achtung, sie haben Dynamis. Okay. Hallo, lass es sein. Hör auf, hinter mir herzurennen. Echt jetzt. Fuck. Und ich muss wieder so ein Ding nehmen. Ich hab keine Spritze mehr, ne? Panik. Echt mal wieder voll am Start hier. Oder ich brauch irgendwie... Ja. Das kann ich machen. Ja, 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 ja. Ich nehm ja schon alles, was ich kriegen kann. Sebastian, sie sind über uns. Über uns, toll. Eine Spritze. Deco, sie schießen. Okay. Mist. Da war ich zu nah dran. Scheiße. Scheiße. Oh. Ich weiß nicht, was ich am besten gerade verwenden soll. Eigentlich alles, was ich habe, eher an anderen Waffen als diese blöde... Das wird leiser und hart. Okay, ja, das wird hart. Und anscheinend darf ich hier aber anfangen an einer anderen Stelle. Oder was? Kannst du nicht mal so eine... Ich hab nichts, ne? Das ist echt... Ich hab nicht mal eine Granate mehr. Shit. Sebastian, sie sind über uns. Ja, ich bin dabei, aber hier... Ich kann sonst gar nichts machen. Wie wär's mit heilen, bitte einmal? Sonst wird das hier nix. Deco, sie schießen. Oh. 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 Okay. Ja, komm mal her. Du Vogel. Oh, weg da. Vielleicht erst mal nach oben rennen oder so? Musst du dich heilen oder was? Musst du dich heilen? Die schaffen es beide hier gerade nicht, oder was? Wann ist das eigentlich seine Muni mal alle? Gar nicht? Sehr schön. Oh, da war noch was. Okay. Ich bin dabei hier. Er macht das ja eigentlich ganz gut. Nur diese Stifte sind hier langsam weg, ne? Die sind an. Oh, sehr schön. Wie kann ich ihr helfen? So, zünd ihn an. Okay, da kommen wieder die Nächsten. Hätte ich vielleicht oben bleiben sollen. Da oben. Ja, dann geh ich da nochmal hin. Hier oben? Oder unten? Oder wo? Mit der Axt rumlaufen geht ja eigentlich auch ganz gut. Aber irgendwie... Ja, Licht an. Okay. Oh, denn? Was denn? Wie helfen sie ihr? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ist sie jetzt schon tot? Sind wir zu langsam? Kann ich sie überhaupt retten? Wie, 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 wie? Ja, noch lebt sie. Okay, das wäre schön. Okay. Spiel nicht den Helden. Zurück! Okay. 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 Okay, okay, okay. Den auch noch schnell anzünden. Ja, das Ding explodiert doch bestimmt gleich. Können wir das irgendwie hier eigentlich aufschießen? Scheiße. Jetzt bin ich voll in die Granate reingelaufen, ey. Mist, dabei war es so gut. Oh, das ärgert mich immer. Wenn ich dann so einen guten Lauf habe und dann ein blöder Fehler. Ja, ich laufe aber als erstes mal hier in die Ecke, weil da war eine Spritze oder was anderes. Okay, doch nicht. Nehmen bitte. Okay, okay. Ja, wehe. Du machst es jetzt. Komm, mach. Hinne. Bin dabei, bin dabei. Warte mal. Kann ich das wieder erstellen hier, weil irgendwie ist hier nichts mehr. Das ist ja gar nichts. Okay, sehr schön. Ja, explodier selber. Oh Mann, oh wieso denn ich? Ich bin weggelaufen. War das so nah dran? Echtmensch? Oh Mann. Sowas nervt mich auch, wenn man schon so am Wegrennen ist und dann ist es doch wieder nicht schnell genug. Ich weiß, dass es hart ist für uns beide. Okay. Erstmal nimmst du dir alles wieder. Das Wichtigste zuerst. Schnell, schnell, schnell. Schnell. Keine Moni verschwenden. Okay. Hast du Verbandzeugen? Bitteschön. Kannst du da mal durch, schnell. Mist. Okay, dann sammle ich das immer wieder ein, weil es doch nicht geklappt hat. Okay, super. Ähm, nein. Shit, shit. Typ, tu was. Ich kann nichts machen gerade irgendwie, außer weglaufen. Das macht mir ein bisschen Bammel. Zünd die an, zünd sie an, zünd sie an. Hab ich. Hab ich, hab ich, hab ich. Und dann nehm ich jetzt noch mal schnell so ne Spritze. Was soll ich machen? Wow! Oh, wie die mir immer Angst machen auf einmal. Da sind die hinter einem. Komm her, Uschi. Komm, komm her. Komm schon. Oh ne, es kann nicht wahr sein, echt, dass ich da nebenstehe und, oh, echt, ich bin zu doof manchmal. Das, 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 das wird langsam hart. Das wird nicht hart, das wird, ich mach nen Cut an der Stelle. Und es geht weiter im nächsten Part von The Evil Within und ich ärgere mich gerade mehr. So langsam komm ich, ja, werde ich warm, aber es ist halt immer die dumme Granate, die dann doch zu nah an mir dran ist. Ich denke immer, ich bin weit genug weg und kann das nicht einschätzen und dann zerfetzt er sich wieder in tausend Teile. Oh, ich schaff das. Man sieht es, ich schaff es schon. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht so der Megaboss noch kommt, aber ich seh's im nächsten Part von The Evil Within, Leute. Bis dann.